In diesem Video geht es um das Multiplizieren von Binomen. Ein Binom ist ein zweigliedriger Term, in diesem Fall ist das erste Glied a plus 3 und das zweite Glied b plus 1. Um dieses Binom nun ausmultiplizieren zu können, müssen wir jedes Element aus der ersten Klammer mit jedem Element der zweiten Klammer multiplizieren. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich einmal an. Im ersten Schritt nehmen wir a und multiplizieren das mit b und mit plus 1. Dann erhalten wir a mal b ist ab plus a mal 1 wäre ein a. 1 brauchen wir hier nicht schreiben, es reicht a. Nun kommt das zweite Element aus der ersten Klammer, der Dreier, 3 mal b und 3 mal 1. Es geht also weiter, 3 mal b wäre plus 3b, 3 mal 1 wäre 3. Hier können wir nun nichts zusammenfassen, da wir an erster Stelle a, b haben, dann a und dann 3b. Nun sehen wir uns ein zweites Beispiel an. Wir starten wieder. 3a mal a, 3a mal 5. 3a mal a wären 3a Quadrat. 3a mal 5 plus 15a. Jetzt wird es ein bisschen zum Aufpassen. Minus 4 mal a und minus 4 mal 5. Hier haben wir minus. Vor dem a würde eigentlich ein Plus stehen. Minus und Plus ergibt eben Minus. Und es geht dann weiter. Minus 4a minus 4 mal plus 5 minus 20. Nun können wir noch zusammenfassen. Wir haben hier a und hier a. 3a Quadrat plus 11a minus 20. Nun sehen wir uns zum Abschluss noch einmal ein Beispiel an mit Potenzen. Wir starten wieder 2a Quadrat mal 3a. 2a Quadrat mal 2. 2a Quadrat mal 3a sind 6a hoch 3. 2a Quadrat mal 2 plus 4a Quadrat. Zweites Element. 3a mal 3a. 3a mal 2. 3a mal 3a. sind 9a Quadrat. Und 3a mal 2 sind 6a. Nun kontrollieren wir wieder, ob es etwas zusammenzufassen gibt. a Quadrat und a Quadrat. Wir haben also 6a hoch 3 plus 13a Quadrat plus 6a. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du unten in der Videobeschreibung oder direkt auf der Seite Mathematik-Mathematik-Rocks und bei Fragen bitte einfach in der nächsten Mathematikstunde fragen.